Oh, 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 gott, hier. Der ist aktiv am besten. Gucke. Wobei der global... Achso, das ist wahrscheinlich für... Nee. Türenbewegung 200% erhöht die Entfernung jeder Verwendung von... erhöht die Entfernung jeder Verwendung von Türen. Achso, da ist man wahrscheinlich, wenn man Türen im Türen ist, äh, also in dem Planungsmusik... Wird man wahrscheinlich schneller sich bewegen können. So habe ich das zumindest verstanden, jetzt gerade. Vorplatz, dann gehen wir mal hin. Oh, oh. Echt, Spauwärmungssaison. Oh, oh. Sehen ihr mich? Die sehen mich nicht, oder? Oh Gott, da lang. Ja, ja, ich will ja da lang gehen. Das müssen wir ja durch. Genau, da müssen wir nämlich... Bye, Ladies. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten. Speichelpunkt. Trace Particle, ja, komm. Hier ist, wo wir einen der glücklichsten gefunden haben. Okay. What the fuck? Alter. Erstmal unnichtbar machen. Dann machen wir es dem. Das macht 455 Schaden. Krass. Das macht 195. Noch mal eine hinterher. Okay, nee. Genau, zweimal bei uns. Und go. Oh. Ja, ich weiß, das ist ein Fall. Oh, 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 oh. Okay, jetzt müsste ich schon reichen. Oh, noch mal eine. Oh, 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 oh. Der Typ, ey. They took a chunk out of the floor. Took it where though? Hm, ab zur Promenade. Oh, dass ich diesen Müllfall-Turn hatte, ey. Das war ja übel. Your posters. What machen die denn da vorne? Hey, they like you. Ja, ja, die mögen mich genau. They really like you. Au. Oh, 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 oh. Okay, damit müssen wir eigentlich beide töten. Komm, meine kleinen Schadzellen. Ja, 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 ja. Hier Arschlöcher. Oh nein. Keine Punkte mehr gehabt. Ey, nur einen Tod. Ey, Schadzellen sind geil. Die Fetzen. Oh, da ist noch einer. Guckt mal. Den und den. Der müsste trotzdem. Jetzt aber nicht. Das Schadzellen ist reingekommen. Level 10 erreicht. Was haben wir? Wir haben... Flut. Behinderten. Projiziert eine Sturmsphäre, die Ziele auf dem Weg auflöst. Verbesser die meisten Effekte. Das hat man schon mal gelesen. Kall. Schlägt die Ziele mit enormer Kraft nach oben. Aber so ein Stun ist auch natürlich geil. Nehmen wir den. Was haben wir hier? Rein, wieder her. Oh, die wäre ich aber nicht aktivieren. Oh, das ist sehr übel. Das ist sehr übel. Das ist sehr übel. Das ist sehr übel. Ich würde gerne mal einen Terminal haben, um die neue Funktion im Detail mehr anzugucken. Das war schön. Moodleitung. Check die Terminale, die gehen auf. Olmark, das ist der Hammer's Quartnerfilter. Was wollen sie mit ihm? Wie machen sie Schaden? Eieiei. Turnplanungskosten 70. Wie macht das hier? Braucht nur 42. Hat aber eine 800er Reichweite. Was für eine Reichweite hat das Ding denn? Gar keine. Ach, das ist nur um mich herum. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Höhe, den kinetischen Aufschlag oder Effekt der meisten Funktionen. Achso, warte mal, was war global? Vielleicht ein Ableckungsschild, der Schaden vom Benutzer abhält. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Die Frage ist aber, was tun wir raus dafür? Wenn wir den Skill hier rausnehmen. Den Zweier. Ich entferne den mal. Tun wir den dafür rein. Dahin. Können wir den jetzt prüfen, was der macht? Achso, wir müssen ihn erstmal benutzen. Sehen wir also jetzt noch nicht. Wir haben jetzt noch, ähm, drei. Jetzt können wir den da reinmachen. Das erhöht den Effektbereich nochmal. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Haben wir noch einen Einer? Wir haben keinen Einer mehr. Wir haben nur noch Zweier und Dreier. Was macht denn das eigentlich, wenn ich den hier reinmache? Chaotisch. 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 Explosion 4. Explosionsschaden 100. Der macht den Explosionsradius nochmal hoch. Okay. Das klingt natürlich sehr geil. Was macht der hier? Anzahl der Sprünge 5. Sprungreichweite 53%. Sprunggeschadenreduzierung 20%. Ich mache den mal zuerst hier rein. Dann gucken wir mal nach, was das bringt. Wollte ich sagen. Das ist nicht ein Voto. Es ist eine Wahl. Ein bisschen Schnee sollte dem Dekore matchen. Schau an das. Du hast den Kuss in die Stadt. Wir können immer noch durch. Hallo, Welt. Bisschen weiß, ne? Bisschen weiß, ne? 16. Die letzte Mitglieder der Kamerata. Sie werden uns erwartet. Na, die Kamerata-Typen, ey. Wahnsinn. Oh, oh. Wow. Nicht diese Scheiße auf mich schießen. Was passiert denn hier mit dem DIN-Macher? Alter. Ist ja übel viel Schaden. Nein, er hat es weiter nicht getroffen. Zwei hat er nicht getroffen. Hüde. Nein, nein, nein. Nicht mit Papa-Schlumpf. Gut. Du bist nicht tot. Lass uns. Aua. Aua. Moment. Das wollen wir nicht gewinnen. Ah, ich habe keinen. Bam. Aufladen, aufladen, aufladen. Alles klar. Alles klar. Au. Scheiße. Nein, jetzt hat er... Hat er sich nur geladen? Oh, ist das öde. Ah, der war nicht aktiv. Was macht denn das jetzt? Was war... Ich habe doch einen Skill gezündet. What the fuck? Ey, what... Mh... Ich habe doch gerade einen Skill gezündet. Das verstehe ich nicht. Wie im Planungsmodus. Und dann ist nichts passiert. Komm, 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 komm. Hier. Jetzt mache ich alle. Schon wieder. Der hat mir mehr Schaden angezeigt, als er eigentlich gemacht hat. Schön. Okay, let's go. Schön, dass er mir jetzt den Skill weggenommen hat, wo ich nur ein Skill gehabt habe. Hey, schau. Begin. This is Royce Brackett of the Camerata, communicating via Proxy. Uh-huh. I am calling for a truce. See, I'd very much like for the process to, well, stop doing what it's doing. And my conjecture is you'd very much like that, too. Assuming I am right, then come along and we'll sort this out. Maybe we could sort this out. We'll see about that. Das ist also ein Proxy in dieser Welt, okay. Ich weiß jetzt, ja. Und mit Figuren herwand. Ich könnte mir sagen, dass ich mein Körper hier gerade hier verlassen habe. Stimmt. Sieht ziemlich so aus, ne? Wie der Anfangsbild schon. Okay. Well, what's he doing, Marie? Transistor. What can it do? What can it really do? Well, um, it can build a bridge. For example, that's something. Okay. People want a bridge to Fairview, sure. Why not? It's settled. Have a beautiful new bridge. It's good for more than just bridges, of course. Why, it can make just about anything happen. Okay. Really? Stell dir sich eine Brücke in der Fairview vor. Sicherheitssystem. Okay. Petition. Cloudbanks abgelegenster und schönster Ausflugsort, bislang nur auf dem Luft- oder Seeweg zu erreichen, hat es verdient, von allem so zu werden. Bei entsprechenden Unterstützung werden zur Petition zum Bau eine Fußgängerbrücke führen, die den südösterischen Rand der Stadt mit Fairview Island verbindet. Fairview wird dann nur noch einen entspannenden, entspannenden Strandspaziergang entfernt, das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch Fußgänger und kleine Motorfahrzeuge, sollte die Geschäfte vor Ort kaum beeinflussen. Autorisieren. Petition autorisieren. Das Volk hat gesprochen. Vorausslösung für Fairview-Brücke erfüllt. Bitte warten. Wow. Du hast es gefragt. Du hast es geschafft. Cool. Schönes Symbol. Zu Fairview. Okay, jetzt gehen wir zurück nach Fairview. Alles klar. Let's go meet, Royce. Der war also doch noch in Fairview, nicht hier. Okay. Ich dachte, der ist hier. So kann man sich irren. Der Prozess kann nicht stoppen. Kann nicht stoppen. Aber der Prozess könnte beobachtet werden, einfach wegzugehen. Take its business elsewhere. And we'll be well enough alone. After the town, we'll have ourselves a blank canvas. Verdammt, noch ein weiterer Zugangspunkt. Verdammt. Komm, wir nehmen das mal als Primär-Slot. Upgrade installieren. Achso, ich wollte auch mal die Pläne einsetzen. Und dann wollte ich mal nehmen... Höre Explosionsradius bringt es mir aber eigentlich nicht. Sprünge. Das versuchen wir mal. Gucken, was das macht. Das macht. Äh... Ah... Genau. Was ist der Punkt? Die Transistorien? Du musst gar nicht unbedingt aufbauen, diese MüdInsack. So, Gateway, näher kommen. So, das ist Fairview. Farther von unten, als ich dachte. All of Cloudbecks werden so wie das geschehen. Okay, wie komme ich da runter jetzt? Gar nicht. Wo müssen wir... Oh. Versuchte Zeiten. Sehr versuchte Zeiten diese Tage. Graham und die anderen, die... werden das jetzt mit mir gehen, nicht wahr? Nur du und ich jetzt. Nichts? Du und ich. Und der Transistor. Richtig. Ich weiß auch noch nicht, woher dieser Transistor nun kommt. Wer hat den erbaut? Haben das die Kameraden zu geworfen? Äh, what the fuck? Wenn alles verändert, nichts verändert. Äh. Wenn alles ändert, nichts ändert. Aber all das, das ist in dem, was wir in der Idee hatten. Da ist die Tür. Gateway. Zu... ... etwas. Ja. Wieso stehen wir jetzt auf dem Kopf? ... besser. Ja, richtig. Uiuiuiui. Es ist ein fairer Blick. Oh Gott. These. Geh weg von mir. Geh weg von mir. So nicht, mein Freund. So nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ungleichbar. Sehr gut. So, dahinter laufen. Das und das. Nicht schaden. Ja, danke. Alter. Die machen zu viel Schaden. Au. Der macht zu viel Schaden. Au. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Einer. Der hat doch ein Leben. Den mach ich mir den Schuss hier. Haha. Spielsucher. Feuer. Feuer.